Und hier noch unser Bonbon für die Herren, Kess und Munter. Die Journalisten sind übrigens von Claudias Freundlichkeit und Charme begeistert. Setzt sich C.C. vor die Kamera. Claudia Kardinale, die einmal Lehrerin werden wollte, ist im Minirock erschienen. Claudia, alias Esmeralde, Sie spielen eine Juwelengiebe. Welche Erfahrungen haben Sie bisher mit der Polizei gemacht? Glücklicherweise noch gar keine. Aber in diesem Film habe ich mit der Polizei ziemliche Schwierigkeiten. Weil ich Juwelen liebe und unabhängig werden will, werde ich zur Diebin. Aber nicht nur das, ich bin eine Mädchen, die sehr independent sind. Und ich mag, dass ich independent bin. Und für diesen Grund bin ich ein Thief. Weil für mich ist es eine Art Weg, zu independent sein. Wie stehen Sie zum Leben? Oder Sie haben eine private Philosophie, oder Sie? Ich liebe das Leben und genieße es. Alles muss seinen Gang gehen. Ich denke, dass alles gut geht. Und wenn du das glaubst, alles geht, wie du willst. Und ich einfach ARD, sie sind hingetre. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.